Bis jetzt haben wir ja einiges über Elektronenkonfigurationen gelernt und jetzt schauen wir mal, ob wir diese Informationen hernehmen können, um Elemente gruppieren zu können, um zu schauen, was sie vielleicht machen, wenn sie mit anderen reagieren. Und jetzt machen wir dafür mal eine Übung, fangen wir mal mit dem Lithium an, Li, die Konfiguration der Elektronen, wir haben die erste Schale, das ist also 1s2, zwei Elektronen sind da und dann haben wir 2s1. Und manchmal, damit es ein bisschen schneller geht, kann man sich das auch so anschauen, Lithium, das ist das gleiche wie die Konfiguration von Helium, das ist ja die 1s2 und die 2s1, also könnte man das auch so schreiben, macht das mal hellblau, also Helium, in Klammern, 2s1. Das meint also, Lithium, die Konfiguration ist das gleiche wie Helium und dann noch 2s1 dazu. Das können wir jetzt noch ein paar Mal machen. Nehmen wir mal zum Beispiel Eisen, Eisen hier. Statt jetzt alles nochmal durchzumachen, 1s2 und 2s2, 2p6, statt das alles zu machen, können wir jetzt hergehen und sagen, Eisen, Eisen, Konfiguration ist die gleiche wie Argon, ist das gleiche wie Argon und dann schreiben wir jetzt Argon hier in Klammern hin und dann gehst du hierher, 4s2, 4s2 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, D6 ist das ja und wir haben ja schon gelernt, wenn wir in der D-Schale sind oder im D-Block vom Periodensystem, dann musst du erst die vorherige Schale erstmal auffüllen und die vorherige Schale, wenn wir es in der vierten Periode sind, im D-Block, füllen wir erstmal die dritte Schale auf, deswegen ist das hier 3, D6. Und jetzt hat jemand eine interessantere Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Warum macht es nicht einfach mit der vierten Schale weiter? Und ich stelle mir das jetzt also so vor und mache Sachen auf der atomaren Ebene, sind ja nicht so intuitiv, aber stellt es euch bitte einfach mal so vor, wenn das Atom immer größer wird, wird der Platz zwischen den Orbitalen immer größer. Zeichne ich euch jetzt mal hier hin und die erste Schale, die S-Schale, sieht so aus und dann schaue ich mir mal die p-Orbitale an, die schauen so aus in der zweiten Schale, die p schauen so aus und der nächste Platz, wo könnte das Elektron jetzt hingehen in der dritten Schale? Das ist jetzt hier diese dritte Schale, ist wieder wie so ein Kreis außenrum und die 3p-Schale, das stelle ich mir ungefähr so vor. In Wirklichkeit sieht es wahrscheinlich anders aus, sieht vielleicht einfach so aus, hier und hier und hier. Und in der vierten Schale habe ich wieder diesen Kreis außenrum, das ist wieder die S-Unterschale, das sieht dann ungefähr so aus und statt jetzt hier wieder das nächste p zu beginnen im d-Block, ich schreibe jetzt nochmal alles hin, dass es klarer wird, das ist also 4s, das ist 3s, das ist 3p, das ist 2p, das ist 2s, 2s ist ganz innen drin und 1s ist natürlich noch ganz, ganz innen drin. Meine Vorstellung jetzt, warum wird das d-Orbital vorher abgefüllt? Das Atom wird also immer größer, dann kriege ich immer größeren Platz zwischen den Orbitalen und jetzt mache ich es einfach so, nach dem 4s-Orbital, 4s ist ja dieses außen hier, dann gehe ich jetzt erstmal hin und fülle erstmal die 3d-Orbitale auf und die passen einfach in diese Lücken hier rein. Das ist ja ein niedrigerer Energiezustand, ich brauche also mehr Elektronen, um die hier innen rein zu quetschen, aber wenn die da mal drin sind und dann gehst du wieder in die vierte Schale und die sieht dann beispielsweise so aus. Das Elektron wird also lieber dann in die äußere Schale gehen, statt in die Innere und wenn es aber aufgefüllt werden muss, dann werden erst die Lücken aufgefüllt. Wenn das Elektron immer größer wird, dann gibt es, Entschuldigung, wenn das Atom immer größer wird, ist immer mehr Platz zwischen den Schalen und beispielsweise bei den d- und bei den f-Orbitalen, ich denke, ihr könnt es euch schon ungefähr vorstellen auf dem atomaren Level. Aber darum ging es jetzt hier nicht, aber es war wirklich eine gute Frage. Warum wird erst mal die dritte Schale aufgefüllt, wenn wir in der vierten Periode sind? Also das hier, das ist eine einfache Methode, um die Konfiguration von Eisen aufzuschreiben. Und warum machen wir das? Um herauszufinden, wie viele Elektronen sind also in der äußersten Schale. Bei Lithium habe ich ja eines, das ist die äußerste Schale, da habe ich ein Elektron. Bei Eisen, wie viele Elektronen habe ich da in der äußersten? Das ist die äußerste Schale, das ist die Periode. Die äußerste Schale ist die 4S2. Die hier haben mehr Elektronen, es hat also mehr Energie gebraucht, um die in diese hier innen rein zu quetschen. Das sind diese hier außen, das ist die vierte Schale. Und das sind die, die reagieren. Wie viele sind das? Das sind zwei. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das sind also hier, sind also zwei Elektronen außen. Das gilt übrigens für alle, die hier rosa sind, im D-Block. Und zwar je nachdem, in welcher Periode du bist. Nehmen wir mal an, du bist in der fünften, hast du hier 5S1, 5S2 und dann füllst du die 4D-Schale auf. Aber wenn es jetzt darum geht, wie viele Elektronen sind wirklich außen in der fünften Schale, hast du auch wieder nur zwei. Also auch alle diese hier haben zwei Elektronen in ihrer äußersten Schale. Und wie ist es hier? Hier wäre also 4S2 und hier wird dann Dreh-D aufgefüllt, aber die äußeren sind die 4S2. Die also haben auch zwei. Wie viele haben diese hier, diese Gruppe hier? Und dafür muss ich die erst mal definieren. Also die Gruppen sind die Säulen in der Periodensysteme. Und da gibt es bestimmte Muster. In dieser ersten Gruppe hat also jedes ein Elektron in der äußersten Schale. Wenn du mir das nicht glaubst, schauen wir uns mal Wasserstoff an. Also Wasserstoff hat 1S1, hat also ein Elektron außen hier. Und es gilt also für alle hier, in der zweiten Spalte sind es zwei und die haben die gleichen zwei Elektronen in der äußersten Schale, weil ja in der D-Schale wird es zurückgefüllt, aber in der äußersten Schale haben alle, alle, alle nur zwei Elektronen. Und ab hier, ab der vierten Periode, wird die dritte zurück aufgefüllt und in der äußersten Schale habt ihr dann zwei. Und hier, wie schaut es hier aus? Hier ist der P-Block. Hier habe ich drei Elektronen. Drei Elektronen in der äußersten Schale. Oder man sagt eben auch drei Treivalenzelektronen. Hier vier, hier fünf, sechs, sieben und acht. Jetzt machen wir noch ein Beispiel, für den Fall, dass du mir das nicht glaubst. Wie ist also die Elektronenkonfiguration für, nehmen wir mal beispielsweise hier Zinn. Nehmen wir mal das Zinn. Wie ist die Elektronenkonfiguration? Also das gleiche wie Krypton. Dieses Element heißt Krypton hier. Also es hat die gleiche Konfiguration wie Krypton. und jetzt schaue ich mir einfach an, was hat Krypton. Plus, dann hat es noch 5s2. 5s2. Und dann füllt es den D-Block zurück auf. Da sind ja 10 drin. Also haben wir 4d10. Und dann haben wir den P-Block in der fünften Schale. Also 5p2. Wie viele Valenzelektronen habe ich also da drin? Schauen wir uns das mal an in der äußersten Schale. Was ist die äußerste Schale? Das ist die fünfte Schale. Diese hier. Und diese hier. Und die hier haben einen höheren Energiezustand. Die musste ich ja innen reinquetschen. Und die äußeren sind dann quasi nur diese. Welche reagieren? Und das möchte ich nochmal betonen. Diese Elektronen reagieren mit anderen Atomen. Nur diese. Machen wir auch mit anderen Elektronen. Und also hat dieses hier 4 Elektronen in seiner äußersten Schale. Das sieht man auch hier. Und weil die äußersten Elektronen die wichtigen sind, und die musst du dich kümmern, die musst du kennen. Deswegen gibt es auch einen Weg, wie man das aufschreiben kann. Eine Notation, wo man wirklich nur die äußersten Elektronen, die Valenzelektronen, aufschreibt. Beim Wasserstoff ist es so. Könnte ich so oder so. Das heißt, alles das Gleiche. Nämlich, hey, Wasserstoff hat genau ein Valenzelektron. Schaut es mit Eisen aus. Da habe ich 2 Elektronen in der äußersten Schale. Könnte ich also Eisen, könnte ich so aufschreiben. Und Elektronen möchten sich ja immer ganz gerne paaren. Und nehmen wir beispielsweise nochmal das, nehmen wir mal Kohlenstoff. Nehmen wir mal Kohlenstoff hat ja 4 Elektronen in der äußersten Schale. Also kann ich Kohlenstoff so schreiben. 1, 2, 3, 4. Oder wenn ich sie nicht paarweise darstellen will, dann kann ich es auch so schreiben. Und ja, die können dann reagieren mit anderen Atomen. Was sagt mir das Ganze jetzt eigentlich? Dieses hier hat ein Elektron. Diese hier in blau. Das sind die Edelgase. Da werden wir später nochmal drüber reden. Die haben also 8 Elektronen. Wie hilft mir das eigentlich auch, wie die Dinge reagieren? Also es hat sich herausgestellt, dass alle Atome 8 Elektronen in der äußersten Schale haben. Und diese Zahl 8 ist ganz wichtig. 8 Elektronen in der äußersten Schale. Das ist die stabilste Konfiguration für Atome. Und es scheint also ein sehr guter Energiezustand zu sein. Warum ist es ausgerechnet die Zahl 8? Und es ist eine ganz, ganz wichtige Zahl in der Natur, wo sie ein bisschen rausragt. Und warum ist das also so? Naja, man kann sich vorstellen, die Resonanz ist da gut. Sie drücken sich gegenseitig nicht weg. Also genau weiß ich es nicht. Also wer das wirklich mir sagen kann, warum es genau 8 sind, warum es genau 8 Elektronen sind, also wer das rausfindet, ich denke, der kann eine gute Chemie in Physik oder in der Chemie machen, ist in jedem Fall gut belegt, dass alle Atome gerne 8 Elektronen in der äußersten Schale haben wollen. Wenn du, nehmen wir mal an, du hast es mit Kalium zu tun. Kalium hat ja 1 Elektron in seiner äußersten Schale. Und nehmen wir mal an, du hast, naja, sagen wir mal Chlor. Chlor, Chlor, hier, Chlor hat 7 Elektronen in seiner äußersten Schale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was wird also passieren, wenn ich also Kalium und in die Nähe von Chlorid bringe? Also der einfachste Weg für das Chlor, um 8 zu bekommen, um 8 Elektronen zu bekommen, es hat ja schon 7 und es will also noch 1 Elektron unbedingt noch bekommen. Was ist der einfachste Weg? Was ist für Kalium der einfachste Weg? Na gut, es könnte sein Elektronen verlieren, es hat ja nur 1 außen, das ist dann nicht mehr die 4. Schale, sondern die 3. aber da hat es dafür dann 8 drin und die Konfiguration wird dann also wie Argon ausschauen und das ist dann ein stabilerer Zustand. Also wenn du jetzt Kalium in die Nähe von Chlor bringst, wird dieses Elektron vom Kalium weghüpfen wollen, dann hat Kalium 8 Elektronen in der äußersten Schale, sieht dann also wie Argon aus und dieses Elektron hüpft dann zum Chlor und dann hat das Chlor auch 8 Elektronen in der äußersten Schale und sieht auch wie Argon aus. Und jetzt kannst du dir also vorstellen, diese Gruppe hier, diese heißen hier übrigens die Alkalimetalle und im nächsten Video zeige ich dir, warum das Metalle sind und da nimmt man Wasserstoff raus. Die wollen also unbedingt Elektronen loswerden und deshalb sind die auch sehr reaktiv, besonders wenn du sie in die Nähe von diesen Elementen bringst, die nennt man übrigens Halogene, die wollen unbedingt Elektronen von anderen Atomen haben. Die wollen sie also weg, die wollen die also weggeben, um 8 zu bekommen. und warum ist also Wasserstoff nicht drin? Es will eigentlich gar nicht unbedingt sein Elektronen weggeben. Diese Regel für 8 gilt für alle Atome, nur Wasserstoff und Helium, die haben ja nur eine Schale, die können also gar nicht 8 bekommen. Also Wasserstoff könnte ein Elektron verlieren oder auch eins bekommen, um seine erste Schale da aufzufüllen. und jedenfalls sind das hier die ersten, das sind die Alkalimetalle, die möchten ganz gerne Elektronen loswerden und wenn Chemiker über Metalleigenschaften reden, reden sie eigentlich nur darüber, wie gerne ein Atom seine Elektronen weggibt und hier wird es dann ganz interessant und das machen wir dann auch weiter. Und dann wird es dann auch wieder